Servus ihr Leute, da bin ich schon wieder mit TTT und dabei ist natürlich Trendy, Hallo, Rusty, Servus, Cloney, Hallo, Sepi, Hi, Snowblind, Hallo, und ein neuer, Cyrex LP, Hallo, Hallo, Cyrex, Bitte geh wieder, Hallo, mein Name ist Cyrex und ich habe ein Alkoholproblem. Er hat sich einfach mal so ingeschlichen, obwohl man das eigentlich gar nicht wollte. Echt mal, verzieh dich wieder. Okay, ich geh ja. Selbsthilfegruppen mäßig. Ich soll jetzt auf jeden Fall erzählen, was sein Problem ist und dann geht's los. Mein Problem ist, ich habe schwere Probleme mit dem Traitor. Also ich spiele immer das TTT. Das Traitor-Syndrom, das ist momentan sehr häufig anzutreffen. Okay, er ist es, er ist Traitor. Ja, er ist ein Psychologe, aber ich glaube, er ist ein Traitor. Überall Traitor-Syndrom, Traitor-Syndrom. Oh, oh, what the fuck? Er hat er geschossen. Wurde erzählt, dass nur die Traitor diesen Aufzug benutzen können. Ah, den kann jeder benutzen. Oh, zu ernsthaft? Okay, sorry, Trini. Natürlich kann den jeder benutzen. Ja, weil letztens wurde nämlich erzählt, dass dieser Aufzug nur von Traitor benutzen, benutzt werden können. Dann tut's mir nicht, Trini. Wer hat denn das erzählt? Kumpel. Ich will nur schmarrn. Schmarrn. So, Cyrax. Hallo. Cyrax, was passiert, wenn du da runterfällst? Oh, nein. Oh, shit. Oh, shit. War denn jetzt das? Was ist jetzt geschwommen? Durch die Decke, da war ja auch ein Lift drauf, nicht innen drin. Oh, oh, es ist ein... Wo war's jetzt? Hi, Rusty. Alles gut. Aber irgendwo waren Schüsse. Oh, okay, das war... Ich glaube, du hackst. Ja, du hast den ja abgeballert, das weh, dachte ich. Du blöd. Das war ein Schrot-Schuss. Ich hab ne, äh, äh, Gsk, äh, oder Gsg, oder wie die heißt. Einzelschuss-Sniper-Quer. Okay. Ich will die Waffen noch unterscheiden können. Quiax wurde mit einer MP5 getötet. Das stimmt ja so nicht. Okay, es ist eben gespielt, war es, hab ihn getötet. Ich hab dich mit deiner MP5 hier rumrennen sehen, ey. Wow, alter. Sorry, sorry, ich bin grad voll erschrocken, ey. Okay, aber was, wirklich? Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich hab doch grad einen Trader gekillt, Mann. Mhm. Okay, Snowblind schießt auf mich. Mit Shotgun. Bitte beschützt auf mich. Ey, jetzt kann ja nur noch einer sein. Ups. Das ist auch so. Mhm. Was geht ab? What up? Alles cool, aber hier redet niemand mehr. Mysteriös. Mysteriös, ja. Wer ist noch da? Oh. Ich hab's gewusst. Du nicht? Nice, Mann, nice. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Hm. Sei es nett, ich hab dich selber aus, was ihr umgebracht. Doch, du hast mich umgebrungen. Alter, das ist aus der Reaktion. Er kommt rufgelofig. Dadadad. Oh shit. Und auf einmal kommt Snowblind von dir ne BAM. Bin ich tot. Oh. Oh mein Gott. Jemand hat auf mich geschossen. Das war ein Schrotschuss. Ich steh daneben, direkt mit der Schrotflinte. Keine Reaktion. Ja, Markus, dass du das nicht kraft hast, war zu ehrlich. Ne, es hat niemand auf mich geballert, sondern es hat ausgesehen, als wäre Snowblind auch geballert worden. Hat er wieder nie auf die Uhr geachtet. Schnauze. Und meine erste Traitor-Runde heute, in der ich überhaupt irgendwas reißen konnte. Aber jetzt ohne Scheiß, mir wurde echt erzählt, dass diese Aufzüge nur vom Traitor benutzt werden können. Ich bin Ino. Und was seid ihr? Ebenfalls. Jo. Detective. Nein, nicht alle Ino, aber naja. Irgendwie? Ich bin Ino. Oh, okay. Eindig, wir sind darauf, wir sind einfach alle Ino, okay? Doch, das ist doch. Hier, Sevi, Sevi, gucke. Guck mal hier oben, Jun. Pass auf, ich bin Magier. Und tschüss. Geh weg. Geil. Ich hab sehr viel Angst. Ich bin vom Turm, alter. Alter, ich dachte gerade, da fliegt irgendwie. Dabei war es nur so eine Krähe. Ich hab... Oh, nein. Ach, Alter. Hallo. Hallo. Warum fahren wir denn? Warum fahren wir scheiß Aufzucht, denn? Du musst da draufdrücken, auf diesen Knopf. Hi, Game Freak. Geh lieber um da raus, nicht, dass er oben ist. Guten Tag. Guten Abend. Oh, lol, der war oben. Ihr werdet mich nicht wiederfinden. Tschüss. Mal gucken, was schneller oben ist. Hm. Ich. Oh, oh. Nein. Bist du schon oben? Ja, ich bin oben. Da ist er. Alter, QuaX ist immer noch hier. Alter. Achtung, Achtung, Discord, 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 Discord. Oh, Alter, Discord, 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 Discord. Alter, ich wurde gepäusenet. Ich wurde gepäusenet. Ich hab's gehört. Ich wurde gepäusenet, Alter, what the fuck. Einer von euch beiden ist es. Seid ihr auf dem Turm? Cyrax oder Clony ist es. Ich hatte nichts in der Hand, außer ne... Ich hab keine Poison. Ich hab keine Poison dann. Warte, wer und wer? Wer und wer? Lass mich bitte abhauen. Hi, Game Freak. Clony und Cyrax. Ich hab auf Clony, weil ich hatte nichts in der Hand. Hi, Zivi. Ich hatte nur ne Disco. Ich sterbe gleich. Ich darf mich gleich verabschieden. Dann töte noch irgendwen. Nein, ich töte noch keine Kamera wegbringen. Nee, 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 nee. Oh, Alter. Bleib bei... Was war hier los? Da fliege ist ja wie die Fliege. Was war denn da los? Doch, wo? Wieso? Ich hab's gehört. Ich hab das Gefühl, ich werd gelenkt, Alter. Guck mal, ich lauf... Markus ist... Nee. Ich trück keine Taste, Alter. Markus ist da einer, wo auf dem Turm ist. Ich wurde nämlich gerade gepäusenet. Ihr werdet mich nicht kriegen. Ich hab nichts gemacht. Ich stehe nur noch, wie es auf dem Ort macht. Alter, ich... Ich mach das gar nichts. Das schwör ich euch. Bestimmt von da oben, Rusty, kannst du wissen. Ja, wenn dir das so sagst, warst du wahrscheinlich du. Geile Scheiße. Nee, die hängt ja da oben immer ab. Ich mach ja extra in of public. Ich geh da oben in der Tee. Als hätt ich nicht wussten. Alter, what the fuck, man. Guck mal hier hin, da liegt voll der Haufen von Menschenleichen. Menschenleichen. Ja. Ja. Was geht denn bei dir? Ja. Best Debuff ever. Wer ist denn? Warum seid ihr denn oben eigentlich explodiert? Versteh ich nicht. Weil ein behinderter eine Discom geworfen hat. Ja. Ich war dauernd am Sprengen wie ein Depp. Irgendwie so ein Tastatur. Wer hat denn die Discom geworfen? Ich glaub, was ist es? Es ist noch Preparing, du Auferkopf. Ich hab auch einen geschossen. Ist das stumpf, ey. Mach dich gleich zu meinem KD. Ja, sag mal, ey. Mach dich da gleich. Ich hab keine Waffe, das macht mir Angst. Wir haben hier das C4 rausgenommen. KD? Nicht DK? Was? Ja, das ist doch mir der Wurscht. Hä? Was nabasch du? Alter, der hat gesagt, er macht dich gleich zu seinem KD. Hey, Killdauer? Nicht Dauerkill? Ich weiß nur, was du bist. Oh, Schnauze. Vieles in der Rolle. Für mich heißt es KOS, Kill on Site. Hm. Waa? KOS, Kill on Site. Der Fuck. Aha! Ich hab's geworfen. Ich bin der Zauberer. Alter, ich stecke hier irgendwie im Aufzug fest. Nein, 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 nein. Das ist nicht fair. Fuck. Er war's, oder? Ja, er wollte mich nämlich vergiften. Ich hab's gehört. Ja, ich hab's nämlich gesehen, wie er, ich weiß nicht, wer davon, glaube ich, den erschossen hat. Äh, wer war's? Wir haben den jetzt erschossen. Cyrax. Cyrax, Mew. Aber das stauntige, dass er mich eben noch nicht hier getötet hat, weil ich war mit ihm gerade in ihrem Raum. Ja, wer hat jetzt Cyrax, als du hast ihn erschossen, also. Ja, er hat mich schon so komisch angeguckt. Markus, wer ist. Er war doch Traitor. Achso, na dann. Jetzt sind sie wieder alle auf einem Fleck. Ich bitte um eine Gihad. Was? Achtung, Schmoak! Oh, oh. Fuck under water. Ey, ja? Ich hab so weit weggeschmissen, dass es keinem was mehr will. Das können wir ja echt machen. Komm, wir stellen das einfach mal an, zusammen gucken, ob der Traitor gleich los schießt. Was ist denn jetzt los? Existiert noch irgendjemand? Hallo? Da, fuck. Äh, really? Was ist denn, Teufel? Ja. Genau. Was denn jetzt los? Alter. Ohne Witze jetzt. Jetzt wird's dumm. Ja. Aufnahme läuft wahrscheinlich immer noch. Und Leute, ähm, Irgendwie hat sich mein Ruder verabschiedet. Er macht nämlich genau jetzt Updates. Ich geh mal ganz kurz raus und tue mir mal Mikrofon mute. Untertitelung des ZDF, 2020 Na ja, Leute, ähm, damit die Aufnahme nicht unethisch in die Länge gezogen wird, würde ich jetzt einfach mal sagen, Ich hoffe, es hat euch gefallen. Pusse Däumchen da. Äh, abonniere vielleicht nicht vergessen, wenn es euch wirklich gefallen hat. Auch wenn die Folge jetzt gerade ziemlich bäh ist, weil mein Ruder abgeschmiert ist. Aber muss der jetzt Updates machen. Er hat den Detective getötet. Oder hat doch nicht getötet. Jaaaa. Erinnern wir mich noch? Was? Ja, Leute, das Cloni, du Arsch. Was ist denn da los? Alter, scheiß Ruder macht Updates und ich bin einfach rausgeschmissen. Ingo passiert. Na ja. Ja toll, aber die Aufnahme ist weg bei ihm. Ja, du kannst doch sagen, wieso soll die Aufnahme weg sein bei ihm? Achso, ja, stimmt. Er hat ihn nur kurz disconnected, er ist ja nicht der Rechner abgeschmissen. War nur, es ist nicht weg. Ah, er hat schon mal kurz alle E-Unterhalter gespielt. Ich wollte eben schon die Aufnahme abbrechen. Was hast du denn jetzt so gelabert? Ja, nix. Ich habe mich jetzt kurz gemutet und das war's. Und dann habe ich die Abmoderation gemacht und auf einmal ging wieder alles. Ey, Markus, das solltest du jetzt noch wissen, was dabei gerade passiert ist. Warte, der Trendy steht vor mir, ne? Macht so, ich bin ne Magier, ne? Und bei ihm auch, boom, habe ich dann geschlossen. Und der war noch Traitor? Was sah von mir aus, sah das so geil aus. Oh, mein. Oh, ist überall Feuer, Alter. Ich heiße Feuer. Hallo Trendy. Hallo. Hallo. Oh, Loni. Hallo, Sabi. Hallo, Sabi. Du hast mich eben schon einfach so umgebracht. Hallo, Sabi. Zieht euch. Da ist doch die AWP. Ja, die Silence-AWP. Ah, ja, war Ino. Ah, wie geil war denn das, Alter. Alter. Immer diese Random-Killer, ey. Scheißaufzug. Du bist erschrocken. What? Load, Alter. No-Blaid hat geschossen. What the fuck. Alter. Drecksaufzug. Ich stecke fest. Wer hat jetzt gerade wie wen getötet und wer geschossen und... Aufzug auf. Ah, nicht getötet. Ups, No-Blaid. Oh, Snowball. Der Aufzug hat nicht getötet. Ey, ich habe mit der S-V-500-S, ja, habe ich hier Snowball voll abgeschossen und erlebt. Was war das denn jetzt? Ey, das hat doch... ...bricht mich auch mal. Der Drecksaufzug hat mich... Ich habe gerade eben gemerkt, dass ich die ganze Zeit gemutet war. Ja, Runde vorbei. Die ganze Zeit fröhlich vor mich hingeschwafelt, war ich gemutet. Jo, das war jo fröhlich, die Runde. Ey, Disconnect, wow. Ey, was sind das für eine Map? Egal, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.